Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz leicht in Pale World kleine Palsälen farmen kannst. Ich zeige dir zuerst alle möglichen Pals, die kleine Palsälen droppen und danach einen Spot, wo du ganz leicht irgendwelche findest. Einmal haben wir Daydream. Wir sehen hier, die mögliche Beute ist unter anderem kleine Palsäle und sie befindet sich nachts nur in dieser Region hier. Dann haben wir noch Nox, der droppt auch eine kleine Palsäle und der befindet sich in dieser Region hier und das auch nur nachts. Als nächstes haben wir Cognito, der befindet sich in dieser Region hier und das auch nur nachts. Als nächstes haben wir Tombet und der befindet sich in dieser Region hier und auch nur nachts. Dann haben wir noch den hier und der droppt auch Palsälen, falls du den mal sehen solltest. Das heißt, du musst nachts aktiv sein, vor allem hier in der mittleren Region, da findest du ein paar Daydreams oder ein paar Tombets. Die kannst du dann fangen oder besiegen und dann bekommst du kleine Palsälen. Ansonsten gibt es noch Truhen, die du öffnen kannst, die sind halt random irgendwo verteilt. Und wenn du die öffnest, besteht auch eine Chance, dass du daraus eine kleine Palsäle bekommst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn ja, lass gerne ein Like da und tschüss.